Wir als NV suchen dich, wenn du innovativ, fleißig und kreativ bist, dann komm zu uns in die Region in Stuttgart für den Studiengang BWL-Versicherung. Das Studium ist aufgeteilt in einmal BWL und einmal Versicherung. Also man hat so ungefähr 60% BWL und 40% Versicherung. Viele Wirtschaftsfächer, ein bisschen Mathe ist auch dabei. Also es ist eigentlich ziemlich vielfältig. Es gibt einen genauen Ausbildungsplan. Allgemein ist sehr gut strukturiert. Ich bin jetzt in der vierten Praxisphase, da bin ich schon sehr selbstständig. Ich habe auch meine eigenen Kunden schon, wo ich mich auch so vorstelle als ihr Ansprechpartner. Die NV ist ein besonderer Arbeitgeber, weil da diese Gemeinschaft im Fokus steht und diese Begeisterung. Vom Arbeitgeber her ist es auf jeden Fall das Beste, was mir hätte passieren können. Also das sage ich nicht nur so, das meine ich auch so, weil das ganze Thema Familie und Sicherheit und man kann sich aufeinander verlassen und man wird auch als Mensch so ein bisschen gesehen, das ist hier halt top. Die Vertriebsdirektion Südwest setzt Benchmarks in der qualitativ hochwertigen Ausbildung. Und wenn ihr Teil davon sein wollt, dann bewirb dich ganz einfach bei uns.